Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Grütz aus Autoplacey. Heute mal mit der Weihnachts Heavy Metal Mütze. Ich habe mich heute mal dazu entschieden. Ich möchte einmal ganz kurz was sagen oder euch auf etwas hinweisen. Und zwar, ich habe ja gestern ein neues Video endlich mal gemacht und habe da das Thumbnail dazu. Und zwar Instrumente, Musik, Equipment schenken. Besten Tipps, was muss ich beachten und so. Und da gehe ich halt so ein bisschen drauf ein, was man, naja, wie man halt schenken kann. Und dann, ob ihr dann euren Kindern zum Beispiel eine Gitarre kaufen wollt, ein Gitarrenset oder irgendwie generell was zu Musik. Musik, Equipment, Kleinigkeiten und so. Da einfach so ein paar Tipps, worauf man achten sollte und so weiter. Und da unter dem Video habe ich eine sehr coole Seite euch gepostet. Die möchte ich mich auch mal einmal kurz euch hier einmal vorstellen. Und zwar von DadsLife, finde ich sehr cool, das Beste für Väter. Die drei besten Kinder, Gitarren und Ratgeber. Und die gehen da so ein bisschen auf die verschiedenen Größen ein. Ein paar Hersteller und ich möchte halt in dem Video auch, was ich halt gemacht habe. Man kann auf jeden Fall ziemlich gut Gebrauch Gitarren kaufen. Gar keine Frage. Auf jeden Fall. Habe ich gemacht. Ich habe grob die Hälfte der Gitarren, die ich habe, habe ich Gebrauch gekauft. Entweder bei Ebay. Kleinanzeigen auch, ja. Oder halt dann wirklich da vor Ort. Und ja, schaut euch das Video an. Da gehe ich dann darauf dann ein. Hier geht es dann halt dann wirklich um Gitarren. Hier Checkliste für Kindergitarren zum Beispiel. Finde ich sehr cool. Checkt die Seite aus. Findet ihr unter mein Video in dem Kommentarbereich bzw. in der Videobeschreibung. Entweder hier auf meiner Internetseite, habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt. Oder dann halt hier bei YouTube. Da habt ihr das dann bei YouTube. Ihr klickt da drauf. So sieht das bei YouTube auf. Habt ihr 30.000 Millionen mal gesehen. Und dann komme ich. Da. Da. Kleiner Hinweis. Sehr geile Band. Eskimo Cowboy. Oh, ich liebe sie gerade zur Zeit. Richtig gut. Und auf jeden Fall hier in der Videobeschreibung ist dann der Link. So, liebe Leute. Ich hoffe, ihr nutzt mein Angebot. Ich habe gesagt, unter dem Video könnt ihr mir Fragen stellen. Ihr könnt sagen, hey, was hältst du denn da und davon? Frag mich einfach Sachen und nutzt das bitte, ja. Ich biete euch das einfach an, dass ich meine Zeit dafür opfer, euch dann zu helfen. Hauptsache eure Kids, eure Lieben, eure Leute, die ihr beschenken wollt mit Musikzeug, kriegen dann vernünftige Sachen. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen was machen und jetzt gleich auch noch ein bisschen Gitarre spielen. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.